Boah, die ganzen Chocobo-Federn, ne? Na klar, die kommen nur von Centos. Wir sind nochmal irgendwie... 1, 2, 3, 4 Stacks in dem Drecks-Backpack. Ihr braucht denn so viele Chocobo-Federn? Uh. Ja, ich brauch so viele Chocobo-Federn, aha. Boah... Ey, wollt ihr bei mir trollen? Trollt euch bei euch! So schlecht. Ah, schön. Hier, trink den mal. Centos, trink den mal. Hüppig. Hauptsache ihr habt euch lieb. Ja, hallo. Ich hab eigentlich nen Wurftwerk rausmachen, ne? Das ist so scheiße, dass kein Peeperpeer anders ist, ne? Deswegen sag ich auch... Ich wär' egal. Ah, so schön, ey. Electrical Essence. Redstone Iron Chips. Oh, Diamanten, die nehmen wir mit. Chocobo-Federn. 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 Hier, hinter dir. Hinter mir? Hier. Warum sind die grün? Weil ich grüne hab. Die... Warte, sind die blauen größer als die Brühe? Nein. Die sind gleich groß. Was kannst du wieder haben? Hm. Bis danach war das Leer des Nächstes, ne? Alter Schwede, er hat doch Langeweile. Hallo. Also so wie Centos die ganzen Folgen. Langeweile und Scheiße bauen. Ja. Easy. Hallo. So, jetzt brauche ich das von den Hackespitz und so weiter. Den ganzen Krab auch immer aus deinem System hier zusammen. Ja, mach das. Na ja. Also ich muss jetzt erstmal so Grundausrüstung bauen. Sticks. Mach dit. Sticks sind da irgendwo ne. Hm? Ja, schau. Sticks sind da irgendwo ne Orca. Ja. Wenn wir Wasser geklaut haben, sind die Diamanten. Ja. Nimm dir hier welche von den 5000 in seinem System. Ist ja nicht so, dass wir nicht genug haben. Ich hab ja auch Heliometer, wenn man die Team machen kann. Ich hab nicht genug. Aber so eine Stack ist schön leer. Hm? Das ist doch voll wenig, was ich hab. Das ist doch voll wenig, was ich hab. Voll wenig, nur 2000 Diamanten. Ja. Wann willst du denn die Arte verbauen? Bitteschön. Weiß ich noch nicht. Ich hab noch nicht angefangen, richtig zu bauen. Wie ging das mit diesem komischen Broadsword? Dass er diesem größeren Schwer hat. Äh. Nimm den Blip. Irgendwie mit Eisen. Du kannst doch noch die BZ gucken. Diamond Giants. Das war doch das. Was wir auch haben. Nicht im Agnes. Das hier. Naja, warte. Das war ruhig egal. Ich muss das schon wieder mal reparieren. War bei Internet, was? In Sandman Cavey steht beim Spawnhaus. Ja. Oder bei mir im Keller. Ja, ihr habt die E-Plus drin, oder? Ja, ja. Oh. Klar. Klar. Wieso nicht? Wieso nicht? Das ist doch besser. Haben wir noch über Länder rum? Ja, musst du bei mir in den Keller runter gehen. Wo auch immer das ist. Warte, ich komm hoch. Steht bis schon fast richtig. Hier drunter? Ja, mit dem Keller. Ja. Ich spawnt noch alles bei mir. Wo krieg ich jetzt Level? Noch eine Etage tiefer. Boah, Alter, diese Legs ey. Richtig heftig. Stell dir einfach nur auf die Ender-Chests. Okay. Ich kann auch alles drin umschlagen. Deswegen. Gut, gut. Hallo. Ist es gemacht? Sag nicht, dass du Rechtsklick gemacht hast. Ach, Linksklick. Doch. Du sollst das doch nicht abbauen. Du musst doch nur Rechtsklick machen. Achso. Boah. Ja, und wo ist das? Wayne of Giants? Ja, auch noch mal. Aber es ist ein Drop-Pot. Aber mein Metall ist es nicht. Es ist dein Metall. Nein, mir auch nicht. Bei mir landet... Das landet gleich irgendwo im System. Bist du ein Vogel ey. Ohne Witz ey. Oh Gott, ich bin Level 47. Wo hab ich denn das zweite... Ach, äh, warte mal. Wo steht denn das zweite? Du bist echt beklopft. Alter Schwede ey. Ja. Richtig gut. Du hast richtig gelitten. Bist du gut, Kollege. Naja. Wie ist das denn? Ich stehe hier acht Kilometer entfernt und wirst du die ganze Zeit leveln. Irgendwann bist du hier verschoben. So ein bisschen. Was, du bist verschoben? Nein, die Ansicht ist hier verschoben, aber der Charlie Plus aufhört. Naja. Wie viel, wie viel, wie viel Creeps fallen denn da runter, Alter? Du kannst übrigens mit nem Grime, da kannst du den XP direkt rausfischen. Kennst du? Ja. Da brauchst du keinen Dürbler, das ist viel Leila. Weil dann kannst du direkt damit Bücher dauern und kurz verzaubern. Bin ich aber zu faulfähig. Ich wollt's einfach so haben. Das hab ich ihn auch gemacht. Echt? 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 Ja. Ich brauch mehr XP. Mehr Mobs. Mehr Mobs. Dauert. Ich glaub ich stell mich jetzt einfach zwei Stunden AFK hierhin. Echt? Du kannst doch noch Spinnen haben, wenn du haben willst. Hab ich auch noch. Mach einfach alles an. Oh, dann erschlägt mich Centos. Was? Bei mir leckt das hier nicht. Bei dir? Pff. Ich hab das Gefühl, dass es bei ihnen voll am Leggen ist. Musst du? Ich hab das einfach auf den normalen runtergestellt, dann geht alles. Na 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 na. Ja, Spinnen komm noch. Jee! Aber die spinnen die Kletterer immer hoch. Du musst Sandstorm nehmen. Nein. Oder Glas, da geht das. Doch. Lass ihn doch. Ich stell mich nur an eine bestimmte Position genau vor die Fenster. Komm ich doch. Ja. Jetzt warte ich darauf, dass auch ich bin ja in 30. Na. Mehr. Naja. Gibt mir mehr Level. Schnell für dein IP geil. Oh. Mehr Level. Das ist erstmal nix. Naja. Gibt mir mehr Level. Schnell für dein IP geil. Naja. 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 Na warte mal. Naja. 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 Das war meine Spitzhacke wieder verzaubert. Naja. Naja. Hast du die Monster ausgemacht. Ich brauch mehr XP. Nein komm gleich. Sammelst du die jetzt oder was? Ja. Warum? Ja. Damit einmal ein richtig schöner Schwung XP fahren. Geht aber die FPS runter. Naja. 60. Marius. Naja. 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 Halt du dein Maul. Ja. Jetzt kann ich auch die ganzen Viecher sich hinforten hier. Hallo P. Naja. 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 Najelang. Naja. Personal alarmist. 1-2-3-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-1-1. 9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 . Komm mit. Die haben immer noch hinterher rennen. Ich wollte sie nicht da runtergeben, weil ich nie wusste, was da unten ist. Vielleicht würde ich mal ganz kurz was machen. Da unten ist Wasser. Ja, ich weiß aber, auf welche Tasse habe ich den Hover-Mode gelegt. Ach, den glaube ich. Das ist echt zu gut, ey. Hier in der Ecke. Jetzt packst du das da hinten in die Ecke. Weil das meine alte Farm hier ist, wo wir grad drunter stehen. Und du meinst noch vor der Aufnahme, du lauerst nicht so viel, ne? Völlig Quatsch. Ich rede überhaupt nicht viel. Nö. Manche Folgen von euch sind einfach so, da schweigt ihr einfach. Ja. Dann kommt irgendwie so alle 5 Minuten so. Hey. Ich mach gerade das und das. Okay, das ist toll. 5 Minuten Stille. Ab und zu hat man das. Das ist am Ende meistens noch schlimmer. Ab und zu, das ist teilweise irgendwie über 4 Folgen oder so. Und dann denkst du, ja geil. Das geht dann zum Ende meistens. Ultraspannend. Dann gehe ich meist zum Ende, dann schlafe ich schon fast ein vom PC. Ja. Ich nicht. Ich hätte ihn nie einstellen. Ne. Wenn du uns dauerhaft unterhalten. Nein, wenn wir nicht. Dauerhaft nerven. Dauerhaft. Ja. Hallo, dauerhaft. Volles geiles Schwert. Dauer5. 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 Hallo. Dauer5. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, genau. Bis 1&1, ne? 8&1, Max. 8&1 heißt das jetzt. 8&1 heißt das jetzt. 8&1, ja. Euer Telefonanschluss. Telefonanschluss funktioniert. Da komm ich nicht zu euch und ignoriere euch den ganzen Tag. Und ihr habt Pech gehabt. 1&1. Warum steht hier ne normale Workbench? Achso, die hab ich da. Meine Güte. So eine Art, ne? Warum steht hier ne normale Workbench? Die Frage find ich gut. Im anderen Raum steht ne normale Workbench. Guck, erstmal weg hier. Ja, aber ich hab auch immer zu retten. Meine Güte, ey. Wenn's hier nicht passt, ne? Centrus hat auch noch ein Zuhause. Wer hat die sortiert? Ähm, ich nicht. Du bist weg. Verschwinde. Lauf lieber. Du kannst mir nicht töten. Boah, der baut auf. Scheiße. Ich hab noch gar nichts gemacht. Siehst du? Es ist 40 Minuten und schon ist die ganze Welt vorbei. Ende. Let's play beendet. Ja. Ey, wer macht nur kacke hier. Einen Tag in dem Leben eines Chosens. Ja. LP beendet. Und schon alles beendet. LP beendet. Easy. Oh man, ey. Es kam zu nixen. Der LP-Crasher. Jetzt verstehe ich, warum Sepp sich nicht mit auf die Maps nimmt manchmal. Oder er nie gemacht hat. So. Leute. Natürlich. Ich hab doch gar keine Lust immer damit Sepp rum zu trennen. Sepp ist so behindert, wenn der spielt, Alter. Boah. Genau. Beleide. Hauptsache die YouTuber noch. Kann ich doch noch. Bei Sepp kann ich das auf jeden Fall machen. Sepp. Sepp darf ich Sepp. Sepp hat keine Probleme damit. Boah. Genau. So. Das ganze Holz hast du hier eigentlich nur per Handeln gesetzt. Ich hab gesagt nimm Filler. Offscreen. Na ja. Ich hab Filler schon benutzt gehabt dafür. Und ich hab gesagt, der soll eine Turtle nehmen. Ja. 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 So verzweifelt. Schreibst du mir das? Schreibst du mir das? Hab ich davon. Ja. Gar nicht. Bin mir nicht viel zu faul dafür. Du bist wieder nur am Labern. Ja. Du. Ich weiß was machen soll. Was machen soll's? Ich weiß es gerade nicht. Geh dich erhängen. So ne geile Aufgabe. Ja ok. Hast auch recht. So rumhängen ne? Ja. Gieß dich rum erhängen. Rum erhängen. Na jetzt mal ehrlich. Ich weiß es gerade nicht. Echt? Ja. Was ist eigentlich hier für ein sinnloses Lagersystem mit einer Milliarde Barrels die alle leer sind? Das liegt daran weil er Logistik macht. Weil du es noch nicht eingestellt hab alles. Nicht. Im E-System ist so viel besser. Will er ja nicht. Ich hab keinen Bock drauf. Aber es ist viel zu einfach ich mach alles. Warum einfach weil es so schwierig geht. Zentos. Halt. Das ist normal bei mir. Easy going. Das ist Standard bei mir. Ey was mach ich toll ey. Komm ist dieser weißt du. Was mach ich toll ey. Störnfried hier. Komm ich schon da. Dann mach vielleicht nur scheiße. Kreativlosigkeit. Ja. Hab ich gerade auch. Ich weiß auch nicht. Ich springe die ganze Zeit durch meine Geld. Ich hab Weltgeld. Ich bin jetzt auch überlegen was ich mache. Ich bin jetzt auch überlegen was ich mache. Ich bin jetzt auch überlegen was ich mache. Vielleicht bauen wir mein eigenes Haus oder nicht. Es gelert grüß dich erstmal. Schrecklich. 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 Ich bin jetzt direkt getötet. Oh. Ich hab ja irgendwas hier stehen was ich machen kann. Das ist schlimm in Feed the Beast. Nachher Zeit läuft alles automatisiert. Man hat irgendwie gar keinen Bock mehr. Deswegen mach ich das ja auch nicht. Noch nicht. Gar nicht. Noch nicht. Noch nicht. Gar nicht. Kommt noch. Ja. Das kommt alles noch. Das kommt alles noch. Ich kann mal Pipes legen. Und JetPing ist glaube ich gleich alle. Oh. Zwei. Drei. Wir nachfüllen. Oh Alter. Geh weg Ironor. Geh weg. Ich baue jetzt Erz ab. Einfach nur was ich kann. Erz abbauen ist klar. Gehst einfach in die nächste Truhe wo es drin ist. Siehste. Ich stehe hier gerade in der Miene. Bau das Erz ab und stell da wieder hin. Oh guck mal hallo Schoko. Ich töte dich jetzt. Oh kaputt. Oh ne. Du kennst das doch. Voll die typische Elster. Voll die was? Typische Elster. Typische Elster. Typische Elster. Was ist ne Elster? Typische Elster. Achso Elster. Ich denk grad so warte voll die typische Elster. Irgendwie so voll nicht verstanden. Verstehst du überhaupt mal was? Du hässliger Elster. Ui. Achja. Puh. Capicator ist der geilste Motto überhaupt. Was? Recapitator. Mhm. Ja der bei dir geleckt hat ne. Puh. Schlecht. Das war auch nur eine Variable. Das war auch nur eine Variable in der Conflict die standardmäßig gesetzt ist. Mhm. Ja. Ich hab auch nichts mehr.